Früher als Kassentherapeut war es immer eine Qual, Gutachten zu schreiben. Ein zentraler Bestandteil des Gutachtens war die Psychodynamik. Was hat das Problem verursacht? Wie ist es entstanden? Wie kann es behandelt werden? Viele, viele Stunden für ein Gutachten. Die gute Nachricht ist, die Psychodynamik, das Verstehen des Problems, das Verstehen der Erkrankung, wird förmlich auf dem silbernen Tablett mitgeliefert. Wenn Sie diese Arbeit durchführen, finden Sie die wirkliche Ursache der Kopfschmerzen, der Ängste, der Depressionen, der Herzbeschwerden, was auch immer. Sie finden den Moment im Leben, das Ereignis, in dem der Samen gesetzt wurde für diese Erkrankung, für das Problem. Sie finden die Situationen, in denen der Samen gegossen wurde, das Pflänzchen gewachsen ist, zu einem starken Krankheitsbaum wurde. Und Sie lernen, diese Erkenntnisse zu nutzen, um die Erkrankung, um das Problem seines Leistungsprobleme, Blockaden im Sport, im Beruf, an der Ursache zu packen, die Wurzel zu finden, die Wurzel zu packen und zu heilen. Im Nachgang der Sitzung ist es für Sie ein Kinderspiel, die Krankheit zu verstehen, wie sie entstanden ist. Und es ist eine Leichtigkeit, im Nachhinein dem Patienten zu vermitteln, oder er versteht im Laufe der Arbeit, wie die Krankheit entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat, warum er in dieser Situation die Panik bekommen hat, warum in dieser Situation die Herzbeschwerden ausgebrochen sind, warum sie sich in dieser und jener Situation wiederholt haben, warum es dort am stärksten war und warum sie diese Beschwerden, diese Erkrankung jetzt nicht mehr haben.